Ich mache mir viele Gedanken, speziell über Themen, die uns allen sehr betreffen, zum Beispiel Kommunikation. Noch ein Wuch, noch ein Wuch. Ich finde, die Herausforderung bei der Kommunikation ist es, den anderen zu verstehen. Naja, beim Antworten war ja nicht die Regel. Und da komme ich manchmal echt an meinen Grenzen. Zum Beispiel in Bayern. Also bis jetzt kann ich ja nur zuhören. Und nachdem man es verstanden hat, muss man es auch noch begreifen. Bin ich deswegen Single? Gilt übrigens auch, wenn man gar keine Lust hat zu kommunizieren. Gut, man kann auch einfach so reden. Aber hey, man muss nicht jede Herausforderung annehmen. Aber vielen macht das Reden einfach so sehr Spaß, dass die gar nicht verstehen wollen. Dafür müsste es mal eine Challenge-Date geben. All you can verstehen. Sich selbst zu verstehen ist ja Selbstzweifel. Deswegen fragen viele so am Bahnhof, ey, was willst du? Im Extremfall hilft eine Flaskel, einfach sagen, wie meinst du das? Oder was meinst du damit? Und deswegen mag ich nur noch an die Orten besuchen, wo es zwei Arten von Sprachen gibt. Entweder deutsche Sprache oder Körpersprache. Noch ein Buch. Noch ein Buch. Tja Leute, das war ein bisschen über Kommunikation wieder gewesen. Ja, du merkst schon, das sind alle meine Lieblingsthemen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Falls du übrigens im Raum Offenbach bist oder drumherum Offenbach am Main, dann findet dort am 29.9. wieder eine Live-Show statt. In einem spanischen Restaurant. Also die Location heißt Leon Garfier. Und komm da gerne vorbei. Tickets sind erhältlich. Link ist hinterlegt in der Beschreibung. Da ist der Link hinterlegt. Da kannst du online die Tickets kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao.